Das nächste Ding ist auch was ganz Neues. Das ist ein Typ, der hinter den Decks steht, normalerweise auflegt und eben Sachen produziert. Und jetzt hat er sich zusammengetan mit einer Sängerin, die für gewöhnlich auch allein arbeitet. Und jetzt sind sie halt hier im Duo unterwegs. Chris de Sol und Sand Rage Paradise. Bis zum nächsten Mal.